hi Leute und herzlich willkommen ich mache zum ersten mal ein lol best of ich hoffe euch wird es gefallen ich mache so ein paar runden und dann werde ich so die besten 10 zusammenschneiden ich weiß nicht wie lange das video wird ich habe ungefähr jetzt mittlerweile vier stunden schnittbereich zum material aber eine runde dauerte nicht lange also hoffe ich dass es euch gefallen wird habt jedenfalls noch viel spaß mit der runde oh mein gott ich habe in dem in dem rauch sie prediktet wo sie war ich bin tot sie doch nicht raten sie doch nicht ran was macht denn der blitz er zieht ihn ran damit er mich tötet auch mal der blitzkrieg ist so behindert warum zieht er ihn denn ran er hätte einfach so vorlesen sollen mann wie dumm ist er denn ich habe keine lust mehr blitzkrieg ist ja mal komisch blutig Alter ja toll doch die blitzkrieg sind natürlich immer genau dann da wenn ich tot bin Mann dieser blitzkrieg ist so blöd ohne Scheiße immer als keine Ahnung mit dem ich bin unter Verräter befinden ah hier hier oh Gott bin ich tot oh Gott bin ich naja nicht rein gehen oder ich bin weg ne ja ich habe meine ult meins oh das gibt es doch nicht doch oh mein gott guck guck ah fuck ich habe gerade meine Q gemacht oh die kriegst du oh mein gott bitte verbrannt oh verbrennt sie ja die kann sich hochheben die kann sich oder ja 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 ich auch ok ich bin nämlich reich ich habe schon bezahlt also meine Sachen alle gekauft guck 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 ne Oh mein Gott Legendary Oh, Mordekaiser Oh, oh, call an ambulance Call an ambulance Oh But not for me Report Game is done Ich hab verloren Oh Gott, er hat wieder meine Old Nein, meine Old Mach mir jetzt schon 6 vor 13 Schaden Perfekt Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott Omae wa mou shindeiru NANI Was macht du denn hier? NANI 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 Weg mit dem Dreck 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 Alter du Stimulate your senses Ja, vollen Bus Der ist weg Ja Er ist weg Pulsiv Und Gutes Weg mit dem Dreck Weg mit dem Weg mit dem Dreck Weg mit dem Dreck Do you ever look at someone and wonder What is going on inside their head? Mm Mm These Many Many hm nope Es war an dieser Zeit, er wusste er. Er hat sich verletzt. Oh, fuck. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war zwar etwas kurz, aber lasst auf jeden Fall Like da, wenn ihr mehr sehen wollt und abonniert den Kanal, da seht ihr noch mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.